Ja, hey Leute, heute wieder zu einem Sylia Tweak Review. Nach längerer Zeit stelle ich euch mal wieder eins vor, und zwar geht es diesmal um die Gratis-Tweak Zeppelin. Und zwar ist es dieses kleine Icon hier oben in der Status Bar. Ich denke mal, man kann es gut erkennen. Und ja, das Ganze ist gratis in Sylia erhältlich. Ihr sucht einfach nach Zeppelin. Und download ich jetzt einfach. Ja, wenn ihr das dann runtergeladen habt, könnt ihr einfach in die Einstellungen gehen. Und dann scrollt ihr hier runter und findet hier den neuen Eintrag Zeppelin. Da klickt ihr dann einfach drauf und könnt ihr das Ein- und Aus machen oder hier das Seaman dann. Da werden ein paar mitgeliefert, zum Beispiel hier das Android-Ding, Aperture, Apple, Ascension Street, Batman. Ihr seht dann auch hier oben, verändert sich das immer. Aber es gibt hier auch None, also gar nichts. Dann habt ihr einfach nur das WLAN-Symbol. Und ja, da könnt ihr dann auch noch in Sylia welche nachrüsten. Und zwar einfach unter Erweiterung und dann Zeppelin. Und ja, wie gesagt, das Ganze gratis. Ich kann euch das nur empfehlen. Also ja, schaut einfach mal rein, wenn es euch gefällt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.